Hallo Leute, ihr seid so durch. Hier meldet sich wieder euer Captain Kurventraum mit seinem träumschönen von mir Nachtkissen. Alle haben sich einen Herodestalk gewünscht. Es ist wieder soweit. Es gibt einen. Und zwar, ich habe mein Handy hier so befestigt, sieht man das? Kann ich quasi mit beiden Händen frei und kann trotzdem telefonieren. Das Problem ist, wenn es jetzt klingelt, dann ist das übelst laut. Heute mit dem Thema, wer ist eigentlich Jens? Wer ist denn das? Alter, eure Kommentare. Schreibt mal mehr Zeug unter seine Reise nach Holland, hier, seine Abenteuer. Das ist übelst witzig. Ich musste jedes Mal fast immer lachen. Also Jens ist keine Mischung aus mir und Kalle, das ist nie vorgekommen. Aber wenn ihr trotzdem mal Bock habt, das irgendwie mal aufzumalen, eine Minute-Regel.